Das ist Lena. Lena ist im ersten Ausbildungsjahr zur Pflegefachfrau. Das ist Frau Kühn. Lena hat bei ihr gerade einen regelmäßigen Puls von 88 erhoben. Lena ruft sich noch mal die Normwerte und Abweichung des Pulses in Erinnerung. Lena weiß, dass das Herz bei einem Erwachsenen regelmäßig und kräftig schlägt mit einer Frequenz von ca. 60 bis 80 Schlägen pro Minute. Bei Neugeborenen ist ein Puls zwischen 120 und 140 Schlägen pro Minute normal. Die Frequenz sinkt dann im Verlauf der Jahre. Im Alter nimmt die Frequenz dann wieder tendenziell zu, da die Arterien eine Elastizität verlieren und der Gefäßwiderstand durch arteriosklerotische Ablagerungen zunimmt. Schlägt das Herz langsamer als normal, nennt man das Bradikadie. Bei Erwachsenen spricht man bereits bei einem Wert unter 60 Schlägen pro Minute davon. Würde Lena bei Frau Kühn einen Puls von 45 messen, muss das nicht immer gleich ein Grund zur Sorge sein. Vielleicht ist Frau Meier Leistungssportlerin oder sie schläft gerade, dann wäre ein niedriger Puls völlig normal. Wichtig ist dabei aber in erster Linie immer, wie es dem Patienten subjektiv geht. Eine pathologische Ursache einer Bradikadie können aber auch bestimmte Medikamente sein, wie z.B. ein digitales Präparat oder Beta-Blocker. Auch verschiedene Herzrhythmusstörungen, z.B. ein AV-Block, können sich durch einen niedrigen Puls zeigen. Liegt das Herz schneller als normal, nennt man das Tachycardie. Bei Erwachsenen spricht man bei einem Wert von über 100 Schlägen pro Minute davon. Bei Neugeborenen hingegen spricht man erst bei über 170 von einer Tachycardie. Falls Frau Meier gerade Treppen gestiegen ist oder einen starken Kaffee getrunken hat, ist ein erhöhter Puls ganz normal. Ursache einer Tachycardie kann aber auch eine Infektion, eine Herzinsuffizienz, Flüssigkeitsmangel oder eine Hyperthyreose sein. Lena kann beim Tasten des Pulses ermitteln, ob die Wellen rhythmisch sind oder arhythmisch, also regelmäßig, in gleichen Abständen oder unregelmäßig. Es gibt eine Vielzahl von Herzrhythmusstörungen, die aber nicht durch die Palpation, also das Ertasten der Pulswelle, diagnostiziert werden können, sondern nur mithilfe eines Elektrokardiogramms oder einer Echokardiographie. Ein auffällig harter Puls kann Anzeichen auf einen hohen Blutdruck sein. Ein auffällig weicher Puls ist hingegen bei einem niedrigen Blutdruck im Rahmen eines Volumenmangels zu beobachten. Bei Frau Kühn beobachtet Lena keine Abweichungen. Die anderen Vitalparameter sind auch unauffällig. Lena dokumentiert die Werte und verabschiedet sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017